für alle wir wollen nein nein eine alter Fäck ist nein das Prozent realisieren dann gibt es nicht auch weniger auf der März um nur so wie es auch nicht weiter in der Stadt so an dann verstehen hier und können in der Schwestern um weil es kein Interesse mehr platziert wurde ja aber ich habe schon ein das erklärt um mich kann nur jetzt bekommen und jetzt riechen und auch nicht alter was machen die denn da Aber ich hänge nur ganz knapp hinter dir. Na, ich wette, du hast keine Ahnung, ob du auf dieser Map Laser-Stätte findest. Ganz oben. Ja. Oh Gott. Hahaha. Hilft euch selber. Och ne. Es ist gar kein Helf mehr rum. Nehmt so. Ja, ja, ja. Das nächste ist dann nämlich da dann bitte auch Hammer. Ey, ich kann's mit dem Hammer. Gib's zu. Mann, ich habe aber keine Muni mehr und leben sowieso nicht. Na toll. Dann komme ich nicht rein. Ich war jetzt aber auch nur ganz knapp. Ja, ich habe auch Verlade, Lebenspunkte. Ja, hat er sein. Oh no, no. Du, mit deinem Scheiß-Foldo-Pro-Gamer. Danke, Mr. Mio, nehmt mir wieder die Chance wirklich zu kehren. Ach, danke schön, Tio. Können wir nicht mal zusammenarbeiten gegen Wampel? Nein. Wir können ja auch Tita-Foldo-Gamer spielen. spielen hier ist es langweilig in überhaupt im inoffizierigen da ist hier und konnte der Gläser vor volltreffer in die Ehe auch frei für krisen gesicht ach 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 triffst du nicht das tun da wartet alter hat mich jetzt selbst der gläser der gläser der gläser der gläser der gläser der gläser in den kids dann nicht kennen wir aber so wieder laser wachsen auf bäumen ich will auch mal laser auf laser komm herr tgolf komm herr oh gott hast du grad tgolf zusammen aneinander gekillt ja gleich noch ein drittes mal alter ich habe mich gerade gekillt dreimal mann lasst euch doch nicht einfach zu einfach killen mann wie gleich kriegt man dadurch immer punkte wir hatten so richtig auch punkte ja so ich lass mich nicht so leicht killen ja der blazer ja das kannst du vergessen scheiße klar das ist zu dem was ich da mache ich dräng mich ja an aber das geht ja nicht weil die die kids immer alle deswegen gab für mich keiner zum killen übrig na gut dann haben wir hämmer ich jetzt so macht man das das ist schon besser das ist dann machen wir gleich ja ja das nächste runde team der muss dann den modus umstellen die meinte gleich sobald ich tot ja aber nach der runde ich habe jetzt einfach nur modus geändert bedeutet er wird nach der runde eingestellt das sind voll vergessen so bläht nein eindeutig nicht da unten so bläht so bläht so ich mache jetzt meine ganz gemeine nur noch die nicht funktionieren stärker so bläht ich kann auch voll dir an ich hatte so eine ganz gemeine nur hämmer taktik denn hämmer bringt nichts so bläht 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 ich habe selber weniger als du ja toll aber nur weil du neu gestartet hast also lasse ich nicht so leicht von Wampel killen sondern lieber viel leichter von dir norm ja ich hatte auch schon kein helfen mehr hättest du auch weg gehen können ja das hättest du noch nicht mehr geworden oh fei oh gott mr miau hör auf von der seite auf mich rauf zu ballern nein nein oh man mr miau ist besser als wir alle gerade ändert sich noch wo das ist zwingend dazu sich selber zu killen oh die war für alle die nicht dann wird mich selbst gekillt das war natürlich gut also nicht für mich aber für die anderen oh 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 holter ich hab nur noch ein einzige herz das geht doch still oh oh ich bin jetzt wieder erster und ich bin dritte ich mach das ist einfach nur kein kein bisschen kämpfer deshalb jemand ich bin wieder erster hallo ach du scheiße oh danke du hast mich da hochgeboostert nee 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 so das klappt bei mir nett oh man jetzt arbeite doch mal im team mit du hast das laser oder doch du hast es ich sehe es doch ja er sieht es er hat zugegeben dass er cheatet ich bin das war ich bin ich auch ich bin falls das so ich bin vielleicht auch fast ja nein Laser keine Nutzung weg oh fuck okay das wird ganz knapp diese Runde wenn auch nur weil du neu gestartet hast aber ich konnte nicht genug durch wechseln Mausrat hilft ja ich mache ja ich mache mein Mausrat hat leider so eine Reaktionszeit das wechselt erst 0,4 Sekunden nachdem ich gedreht habe cool na gut mal kurz jetzt alle drei gegen Wampel ja die Balance alles ist aus ok das ist reds sie ist zu klein für das ist zu klein die web ist zu klein ja dann durch die map change empfehlen ja mache ich auch du musst auch als erstes ein team wählen damit wir ein team wählen können ich bin rot wir halt blau ich habe selber verlassen dem 1 reds ah die wo wir so klein sind und die anderen und die map so groß das ist ja das ist der feld 1 nur 4 4 4 4 größer ja das sind doch ja reds beugt und du hast den ersten punkt die tig